Die Top 5 Produkte Reisenteel Easis Hopping Buck Ich liebe meine Reisenteel Easis Hopping Buck in schwarz. Diese Einkaufstasche hat eine unglaublich praktische Größe und lässt sich problemlos zusammenklappen, wenn ich sie gerade nicht benötige. Der Stoff ist strapazierfähig und wasserabweisend, was sie perfekt für den täglichen Gebrauch macht. Außerdem bietet sie genug Platz für meine Einkäufe und hat bequeme Griffe zum Tragen. Ich habe bereits einige Komplimente für diese Tasche bekommen und empfehle sie auf jeden Fall weiter an alle, die eine funktionale und stylische Einkaufstasche benötigen. Ich habe den Reisenteel Carryback Twist Sky Rose gekauft und bin sehr zufrieden. Der Einkaufskorb hat viel Platz und eine praktische Innentasche, in der ich kleine Gegenstände wie zum Beispiel Schlüssel oder Geldbeutel verstauen kann. Das wasserabweisende Design ist sehr elegant und sieht toll aus. Der Korb ist sehr stabil und kann dank der gummierten Griffe bequem getragen werden. Ich finde den Preis angemessen für die gute Qualität des Produkts und würde den Reisenteel Carryback Twist Sky Rose jedem empfehlen, der einen schönen und praktischen Einkaufskorb sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Reisenteel Kosmetiktasche. Sie ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr praktisch. Mit einer Größe von 24 cm passt sie perfekt in meine Handtasche oder meinen Koffer. Das Material ist robust und langlebig. Besonders praktisch finde ich die vielen Fächer und Taschen, in denen ich all meine Kosmetikartikel gut sortieren und verstauen kann. Der Reisverschluss ist ebenfalls sehr stabil und hält meine Sachen sicher und geschützt. Ich kann die Reisenteel Kosmetiktasche jedem empfehlen, der eine hochwertige und praktische Tasche für unterwegs sucht. Ich bin absolut begeistert von der Reisenteel Allrounder Cross Umhängetasche. Sie ist klein, aber geräumig genug, um alle meine wichtigen Dinge für den Tag zu verstauen. Das abnehmbare und verstellbare Schultergurt ist super praktisch und ermöglicht es mir, die Tasche nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Das wasserabweisende Material schützt meine Sachen, egal bei welchem Wetter. Besonders mag ich die schlichte, schwarze Farbe, sie passt zu jedem Outfit. Insgesamt eine tolle Messenger-Bag, die ich jedem empfehlen würde. Ich bin absolut begeistert von meiner Reisenteel Carryback XS Kids Einkaufskorb in der Ausführung Cats & Dogs Rose. Die Größe von 33,5 x 18 x 19,5 cm und das Fassungsvermögen von 5 Litern ist perfekt für meinen kleinen Einkauf. Der Korb ist sehr robust und die schönen Motive machen ihn zu einem echten Hingucker. Besonders praktisch ist der verstellbare Schultergurt, der das Tragen des Korbs sehr komfortabel macht. Ich kann diesen Einkaufskorb nur weiterempfehlen, vor allem für Eltern mit kleinen Kindern, da er auch für sie leicht zu tragen ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.